Portellinis! Und die machen wir uns heute! Jawoll! Äh, hallo erst mal! Was gibt's dafür, äh, dafür? Dazu's für eine Soße! Schinken-Käse-Sahne-Soße! Schinken-Käse-Sahne-Soße! Und um die geht's heute eigentlich! Und, naja, die Teutelini sind dann die Beilage. Und, äh, jetzt gucken wir mal, wie uns das Manu zubereitet. Ich versuche es! Ja, und, ja, und dann schauen wir mal, ob ich nach dem Video immer noch so gut aussehe. Aber jetzt, ab in die kleine, aber feine Küche mitkommen. Also, das ist jetzt heute mal wieder ein Video, wo ich, ähm, so gut wie gar nichts zu tun brauche, außer die Kamera vielleicht zu führen. Ja, was haben wir alles? Sahne? Was ist denn das eigentlich? Sahne-Schmier-Käse. Okay. So ein Käse-Ersatz. Okay, okay. Dass du ja keinen Parmesan isst. Hä, was sagt denn das? Ja, weiß ich ja nicht. Das ist doch nicht so ein Käse daher. Ja, weiß ich doch nicht, was du nicht magst. Nimm den Käse. Oh, Mann. Frauen. Torte Linnis, Zwiebel, haben wir noch so ein paar Schinkenwürfel, Baconwürfel, Hinterkochschinken, ein bisschen Brühe. Genau. Mehr brauchst du dazu gar nicht? Nein. Okay. Und Mehl halt fürs bisschen andicken für die Soße. Okay, dann würde ich mal sagen, ähm, leg los. Gut, mach ich. Kurzer Zwischenstand, äh, bisschen von der Brühe angesetzt, Schinken klein geschnitten. Die Zwiebeln klein geschnitten. Ja, äh, die Packung mit den Schinkenbeckenwürfeln aufgemacht. Schinkenwürfel. Zuerst werden jetzt erstmal die Zwiebeln angeschwitzt. Hm. Das schauen wir ganz einfach direkt an der Pfanne an, wie es weitergeht, oder? Ja. Ja. Mein Wegen, mein Schatz. Ja. Ja, machen wir an der Pfanne weiter. Und wir schmeißen jetzt die Zwiebeln in die Pfanne. Ja, richtig. Rein mit dem Zeug. Die braten wir jetzt schön an. Und dann kommt der Schinken und die Schinkenwürfel dazu. Genau. So, wie machen wir das jetzt? Richtig. Nein, mit der Pampe. Ja, erstmal ein bisschen anschwitzen. Okay. Mach das. Und nachher, wenn alles zusammen angeschmorgelt ist, schalten wir wieder ein. Fertig angeschwitzt. Hier schon, äh, Mehlschwitz ein bisschen vorbereitet. Jetzt kommt die Krühe in die Pfanne. Und die Sahne kommt jetzt dazu. Ich glaube, eine Sahne reicht nicht. Also zwei Becher Sahne. Wir wollen ja auch ein bisschen was an Soße haben. Im Hintergrund brodelt das Wasser. Da kommen gleich die Tortellines rein. Und jetzt machen wir den Schmelzkäse zu der Sahnesauce dazu. Du hättest da gerne Parmesan reinhauen können. Ja. Ist halt so aus. Schlag mir nicht die Beschichtung von meiner Pfanne kaputt. Nein! Mein Schatz. Hol es doch mit dem Ding raus. Ja. Egal. Ich muss keine Angst haben. Ich mach nichts kaputt. Lass mir meine Pfanne ganz. So fies bin ich nicht. Weißt du, wie ich das jetzt gemacht hätte. Halt! Geh mal her. Na, da ist überall da schon. Einmal wischi waschi rumrühren. Einfach wischi waschi machen. Draußen ist die ganze Pampe. Gut. Jetzt wird es noch ein bisschen mit Pfeffer abgeschmeckt. Also dir ist anscheinend das kleine Teil lieber als der frisch gemahlene Pfeffer. Warum? Kommt da so wenig? Zu wenig raus, ja. Ja, man hat doch Zeit beim Kochen. Ja, klar. Jetzt haut es gleich nochmal am Pfeffer rein. Machen wir nicht? Nicht, dass es zu scharf wird nachher? Ja. Weil scharf bin ich selber. Ach mein Schatz. Also mit dem Holz hättest du draufklopfen können. Mach es auch. Das macht die Beschichtung nicht kaputt. Raus mit dem Löffel da. Kannst wegschneiden. Fertig. Und? Bisschen salzig. Bisschen was? Salzig. Wie salzig? Bisschen salzig mein Schatz. Hast du da schon Salz rein? Nein, das ist durch den Schinken und den... Ah ja. Becken. Ja. Das macht gar nichts. Ne. Einmal aufkochen lassen, oder? Genau. Und dann? Ist es fertig? Bisschen Milchschwitze zum Andicken und dann ist es fertig. Okay, das mit der Milchschwitze dann filmen wir wieder. So, weiter geht es mit der Milchschwitze. So, fertig. So, fertig. Aha! Probier er Läh. Mh, ne, lecker. Aber heiß. So oder nee, dann wollen wir mal das Tellerchen füllen. Ich glaube, da bleibt heute gar nicht viel übrig. Und das leckere Sösschen hier. So, und dann bleibt bloß noch das Probiererle. Natürlich nicht ohne ordentlich zu pusten. Genau so kenne ich die Käse-Sahne-Soßen. Aber ganz genau so. Spatzel, das hast du richtig, richtig geil gemacht. Yummy. Ich geh jetzt zum Essen und nachher sehen wir uns dann nochmal zum Fazit. Hey ho meine Lieben, heute machen wir endlich noch das Fazit vom letzten Video. Ach stimmt. Ja. Das ist eigentlich mal komm vergisst. Das war schon so spät. Tage später, die Tortellinis. Mit Käse-Sahne-Soße. Ja, ich kann bloß dazu sagen, du hast die Soße so verdammt lecker gemacht. Das ist schön. Ich hatte mich sowas von überfressen. Am nächsten Tag noch die Riste aufgegessen. Ich war einfach platt und ja, Schlussszene vergessen. Egal, die haben wir jetzt. Genau. Lecker war's. Und wir schreiten jetzt wieder zurück. Und machen das nächste Video. Tschauikowski, wir sehen uns. Abo und nettes Kommentar. Ihr wisst Bescheid. Tschauikowski. Entschuldigung. eternally gut. Denkst du Hermann. Abonniert Cabiliaram mich. feas異. Es geht um mich.